Ja, das... Das... Ein weiteres Stück Edelstein, vor allem hatte ich noch keins, oder? Hätte ich schon eins, habe ich vielleicht nicht mitbekommen. Ja, gut. Tja, versuchen wir es einfach mal. Ach, da... Bist du ja passend jetzt von der Länge, oder? Vielleicht ein bisschen zu knapp? Ne, pass. Ja, das haben wir noch souverän gelöst, ne? Teile deine Leidenschaft und bewerte unser Spiel. Nein, danke, tschüss. Oh, 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 oh nein, das wollte ich doch nicht. Erstmal, erstmal klicken. Oh, was war jetzt? Oh, hab ich leider zu früh geklickt. Äh... Ja, das hat auch schon... Ja, machen wir das doch, ne? Ja, machen wir das doch, ne? Alles klar, Munchausen. Wenn du die magische Steine zurückkriegst, werde ich nicht das Geld nehmen. Und vielleicht kannst du dann die Prinzessin heiraten. Ich werde nicht diesen Munchausen-individuell meinen Plänen verletzen. Lass uns ihn versuchen, die Schmerzen zu finden. den Schmerzen zu finden. Oh! Das ist der Schurker. Das ist der fiese Bösewicht, ey. Oh nein! Da gab es ein Spiel, das nannte sich Rush Hour. Das konnte ich auch so gut. Ich muss das ganz voll räumen erst, oder was? Oh, 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 oh. Das kann ja witzig werden. Kann ich das auch so verschieben? Nö. Nö, nur so. Warum auch? Machen wir mal so. Machen wir mal so und so. Machen wir mal so. Vielleicht doch einfach als erwartet. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein. 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 Hm. 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 Gutes. Das werde ich dann wohl ein bisschen vorspulen müssen. Nee, oder? Oh, guck mal hier. So. Ganz easy. Bitte nicht noch eins. Oh, cool. Nö. Find ich auch. Kann ich, kann ich schaden. Lokal Trip to the Tavern. Oh. Oh. Du kannst den Ausstand mit deinem Finger durch Antippen und Ziehen verändern. Versuche den Ausstand nach links zu rücken. Oh. Oh. Wie viel vor allem. Guckt euch das mal an. Aber hier. Da. Na also. Da wurde auch schon noch ein Stück gefunden. Und noch was dahinter. Das war ja tricky. So. Was brauchen wir denn? Äh. Hier so ein Gestrüpp. Hier ist übrigens das Messer. Hm. So ein Seil. Das sieht aus, als könnte ich es nehmen. Tue ich. Ja, kann ich nicht. Eine dumme Katze. Dieser Kug wird mich nicht überraschen. Hm. Hm. Da haben wir schon mal ein Stück der Schüssel. Eine Katze habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das habe ich nicht angeklickt, aber gut. Jemand kann ich bestimmt hier so abschneiden. Genauso schneidet man einen Pils ab. Und auch so schneidet man einen Pils ab. Der Rest fällt einfach ab. So ist das. So ist das halt. Ist das wieder Assoziation? Ja, ist es. Äh. Hund. Katze. Nein. Hund. Knochen. Nein. Hund. Spinne. Und Katze. Und Knochen. Verdammt. Ähm. Le Mustache. Messer. War das ein Messer? Ja. Anscheinend. Hand. Gabel. Ganz klar. Gabel. Hand. Ne. Öl. Aber B und A. Und Schmetterling und Fischgräte. 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 Schmetterling. Ah. Und Raupe. Sehr schlau. Was ist das denn hier? Kurze Kette. Kurze Kette. Es ist ganz wichtig, dass es eine kurze Kette ist. Hm. Ach. Kurze Kette wird mit so einem Emblem zur langen Kette. Was ist das hier? Marmelade. Marmelade. Und Spinne. Gabel. Ich brauche eigentlich immer eine Gabel für meine Marmelade. Es ist halt so. Was will ich. Was will man machen? Ring. Kann ich was. Ach. Ring und Finger. Knopf und Nadel. Oder hier. Faden vielmehr. Fadel. Fadel. Löffel und Göffel. Göffel. Fadel. Göffel. Tintenfass. Feder. Maus. Dingensmaus. Andermaus hier. Fledermaus. Maus und Katze. Ja. Och. Guck mal wie schön sie sich dreht. Vampir. Fledermaus. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Schlüssel. Totenkopf. Schloss und Schlüssel. Tasse und hier noch ein... Ach. Das ist doch das Stück von dem Teller. Ja. Tag und Nacht. Das sind wieder so... Ach. Kottesanbeterin hier. Ne. Hat die irgendwas damit zu tun? Oh, da vielleicht, bisschen versteckt, aber so nicht, nicht mit mir, hier, was hat da vielleicht gedacht, ah, Marmelade und so eine olle Traube, yay, Beere, Beere mit Verschlüssen, ja, okay, niemals, sag nicht, ich muss alle Beeren finden, hier, oder nur dieses Stück, okay, hab nichts gesagt, hier finde ich noch zwei Teile der Katze, anscheinend, hier ist ein Hase, nein, hier ist die Katze drin, nein, das war eine dumme Idee, der lacht mich aus, was ist das denn hier, kann ich nicht, es geht auch, wenn man einfach nur klickt, es geht auch, so, kann ich mit dem Messer noch was machen, hier, nö, da ist die Katze, guck dir das mal an, die unfair, nö, mehr kann ich hier nicht finden, glaube ich, aber ich kann Möhren kochen, nie, quatsch, ich kann sie hier finden, so ist das, da, ach, da, 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 jetzt kann ich so kochen, nein, kann ich nicht, aber, hier ist der Hase, geh doch weg, ja, 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 Oh, ich weiss, ich weiss, was es wird, ich weiss, was es wird, was es wird, um meine Handschuhe auf dieses Philipp Endlich kommt auch nicht, ich, schon, Auge! Icku! Wer glaubt Thorne, du warst so, nein, 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 das ist nicht es, Nicht? Ach, da braucht ihr Handschuhe bestimmt. Ein Seil, ein Seil, das hatten wir doch schon. Das ist doch hier. Nein, es ist nicht, nicht nur da. Sondern es ist, es ist. Seil. Wo bist du, Seil? Hm. Hm. Hm, vielleicht doch? Warte eine Sekunde hier. Das ist nicht richtig. Nein, 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 das ist nicht es. Ich seh keinen Seil, ich seh wirklich keinen Seil hier. Nee, nee, nee. Ich seh einen Seil. Auch. Auch. Who knew Thorns were so... Auch. 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 Who knew Thorns were so pointy? Now needs something to protect my hands. Ja, wo? Hat keiner gesehen. Ich hab da nicht aufgedrückt. Was ist denn da? Auch. Was ist das jetzt? Es bewegt sich auch noch. Ich hätte mal ein Schiff. Münzen. Keine Ahnung. Was soll das? Wa? Was? Was soll das? Das verstehe ich gar nicht. Kann mir das mal erklären? Hallo? Okay, das ergibt Sinn. Nicht. Nein, äh, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich drei in so ein Dingern hier. In so eine Reihe drei bringen. Finde ich denn nebenbei schon was anderes an Krempel hier? Ich glaube nicht. Na ja, komm. Hier, so, zack. Und noch eine hinter klatschen. Klappt das denn immer? Ja, das klappt sogar. Krieg ich doch noch einen bestimmt. Yo. Zwei noch. Die Minigames sind schon ganz cool. Auf jeden Fall nicht einfältig. Einfältig. Hm. Brauche ich nicht. Da, aber da. Und hier. So, läuft der Hase. Der Hase läuft so. Ja, okay. Jetzt haben wir das. Ach, jetzt kann ich weiter. Okay. Dem gebe ich die Kohle. Nie? Doch, der wäre bestechlich. Dann steche ich ihn halt ab. Nein. Ich gebe ihm Möhren. Ich gebe ihm Hasen. Ich gebe ihm Teller. Ich gebe ihm Dorf das Geld. Kann doch nicht sein. Wenn die Schranke öffnet wurde. Okay. Ist okay. Ich habe es verstanden. Hm. 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 Habe ich jetzt irgendwas, was ich hier verwenden kann? Nee. Aber ich muss hier wohl noch ein Stück Seil finden. Immer noch. Ob das hier hinter ist? Nee. Was soll's, Leute. Sorry. Bitte? Der Handschuh, der so groß war, wie... Das kann ja wohl nicht sein. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020